Das läuft in der Gegend. Aha, Idioten. So. Aua! Aua! Ey! Blöde Kackviecher. Hast du damals nicht gemocht, dann magst du immer auch nicht. Ah, ey. Ah, da müssen wir lang. Okay. Kann man speichern. Das ist schon mal nett. Was denn? Oh, Junge. Ja, ja. Nimm mir jeden Mist auf. Weißt du, Isaac nimmt jeden Scheiß auf. Aber das, was richtig ist. Oder du. Persönliches Lock. Howard Phillips. 497. Sie hassen mich. Sie hassen mich alle. Ich kann, dass sie alle sehen. Sie sind jetzt überall. Hocken da. Beobachten mich. Selbst Anti. Sie warten einfach ab, bis der Adorno. Howard Phillips endgültig durchgeht. Wie damals, als er die Vögel rausließ. Und gegen alle Codes und Regeln verstieß. Den ich. Den zeige ich, wer hier verrückt ist. Was es braucht. Um herauszukommen. Sie müssen hier noch. Sie müssen hier hochkommen. Um all die Sudwecks zu machen. Und alles. Was für Regeln. Werden sie dann aufstellen. Gegen die werde ich auch verstoßen. Ich werde mich. Etwas hinlegen. Ich fühle mich nicht so gut. Ah, das ist schon durchgedreht. Mal, ich hab noch. Mal, ich hab noch. Mal, ich hab noch. Ah, ok. Speierstation. Ja, nice. Schau mal, wir haben's. Ah, der müssen. Ja, ich würd ja sagen, was noch ist, das Kapitel. Aber ich schätze mal. Ich schätze mal, wir haben's gleich. Sag ich einfach mal. Okay. Ja, gut. 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 Warte, warte, was hat das? Ja, gut. Wie macht man das? Wie behält man das alles in seinem Inneren? Dass das Gesicht nicht die Schmerzen verrägt? Niemann wird je die Schuld erahnen, die du verspürst, ich bin nur froh dass die Alltienzision bisher so ungefährlich sind von uns wir wollen Solaranlage 2 3 Solaranlage ausrichten ok gutes Küchen hoffentlich Eintritt Schwerelosigkeit meine Chancen sterben den Marker zu zerstören halten sie ihn am Leben und bringen sie ihn zu den Paneelen so rum Ok ich schreibe auch mal wie lange ich kann Oh, okay, let him off. Okay, die Sauerstoffbehälter. Ja, wo muss das hinstrahlen? Nee, das geht nicht mehr. Okay, man mag es mir jetzt hier nicht weiter. Na gut, dann gehe ich mal hier hin. Ja, das geht nicht mehr. Ja, das geht nicht mehr. Was willst du? Nein. Scheint ja auch hier ins Nichts. Ich würde ja mal so, man muss das jetzt selber machen. Ah, ja okay, so schlecht ist es jetzt auch nicht. Okay, endlich einer wäre geschafft. Wie sieht es bei Ihnen aus? Wir versuchen jetzt die Abdeckungen zu öffnen. Storff, helfen Sie mir mal. Ne, wird mir wehtun. Ich bin nicht stark genug. Ich versprecke, ich schütze Sie. Nur kommen Sie her und helfen Sie mir. Irgendwas ist auf den Kollektoren. Das ist... Oh mein Gott. Da sind Hunde... Tausende von denen. Sie strömen auseinander. Oh Gott, Sie kommen hierher! Laufen Sie, Scott! Weg hier! Eddie! Komm in! Eddie! Eddie! Scheiße! Oh! Nein, Trin-Schwier-Losigkeit! Ah, okay... Aber möchte ich zum Leuten möchte ich dahin bringen, dass du... Okay, ist ein Schiewe-Ding. Ah, okay. Ja gut... Ja gut, dann... Was will ich hier machen? Was denn, hä? und das was denn ach da kommen ja 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 ist ja gut wo kommen die denn jetzt her ja 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 die star ja ja Oh. Missed. Ah. Danke. No problem. Was ist das? Oh. Der Schildenergie. Ah Mist. Wo bin ich jetzt? Will ich hier weiter oder was? Ne. Ich wollte oben. So ein Ding. Da oben. Aber wenn wir davon von unten geschossen, dann kann ich gar nicht checken. Ich wollte euch leben. Jetzt geht's nicht alle on. ja die Aufgabe erfüllt oder die also ist sie hier rein okay wieso w-was haben sie zu machen wir müssen den regierungssektor durchquert haben bevor sie uns abschneiden sie werden das nicht rechtzeitig herunter schaffen ich werde da sein ist richtig in der ausrichtung der ablage entdeckt das ist eine gute idee okay ja die idee ist äh interessant scheiße was diese oder oder es wird da die landung oder geschafft ja das ist eine einmalige idee ok diese idee war echt im anders mal das war echt mal was besonderes das war wirklich sehr schön ja ich bin jetzt aufzug genommen oder mit schnell zu dir kommen das war wirklich das war echt sehr express mäßig so so Nein, nur eine Rubine. ich glaube ich nicht nur schutz ich kaufe noch ein bisschen plasma wir haben genug geld ein bisschen plasma cutter hier das muss reichen okay haben wir genau so ein ja ich glaube den großen den den dass ich mal hier in der den großen streich rein genau einnehmen wir mal genau wir haben wir noch na gut bis jetzt haben wir noch ein ganz gutes lager von von wer ist jetzt von die kids aber könnte sich bald ändern Ei! ein kleiner das ist echt geil mach einfach weniger labern mehr machen was denn er nimmt doch immer die leichen weißt du bist du leichensammler geworden das interessiert mich nicht davor macht irgendwas ist immer so was mal erzählt was denn da ist ja sehr schön das ist es ist wo den sie können nicht alle aufhalten gehen sie die munner sind sie da haben sie es geschafft scheiße isaac Nur, scheiße. Beruhigen Sie sich. Alles ist okay. Nichts ist okay. Heute Morgen fing ich mit 30 Leuten an zu arbeiten. Wir wurden überrannt. Und plötzlich waren alle transformiert. Ich musste meinen Freunden die Arme und Beine abtrennen, um fliehen zu können. Und legen die Leichenteile nach irgendwo hier rum. Ellie, ich weiß. Und es tut mir leid. Nun bin ich wieder hier. Ich bin die ganze Zeit in einem Scheißkreis gelaufen. Wir schaffen das. Lassen Sie uns jetzt besprechen, wo wir uns treffen. Okay. In der Hauptanlage gibt es einen zentralen Knotenpunkt. Hier sind die Koordinaten. Okay. 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 da merke ich mir mal das war gar nicht so viel Schuss ein gut Sturmgewehr ein Sturmgewehr braucht gar nicht viel Schuss alle sind angewiesen und das gleiche Sitzung Kronika soll entschwankend Geht ruhig anruhig Kailov, da sind noch mehr Knall hier wo ist die Arzt? Ach du Scheiße Wird doch gut, dass die mir einen schönen Tag wünschen ähm, jup, ist schon fast direkt nur die beiden Sachen Ja, ist auch so, ich kann ja keine weiteren Waffen mit mir für weit näher im Platz gar nicht mehr für die Munition bisschen brauche ich auch keine weitere kaufen Ne, ne, von da kam der Ja Okay Mal gucken, was Kapitel 8 bringt Was? Was? O, war's! Ja Ah Wäinig Da rein. Hey. Wird so. Was denn? Ja. Na hallo. Jetzt so. Ja. Natürlich. Hey. Ja. Hier ist der Ante, oder? Hallo. Oh. Oh. Schön. What? Na? Für den Anzug. Okay ich geh zurück. was für eine scheiße eben interessiert aber ich habe er war genug mit jetzt ok meine gott in chattischen anzug bekommen natürlich sofort die nämlich natürlich nice cool wo es wäre also wirklich gepanzert jetzt hier was kaufen mensch und ich habe einer von die neun die neun die neun die neun